Hallo liebe Freunde, bevor das Video anfängt möchte ich noch mal kurz anmerken, dass das Video doch noch ein bisschen älter ist. Da ich meine Kamera erst bekommen habe ich mich erstmal nochmal in die Einstellungen einfinden müssen. Deswegen ist es vielleicht von der Qualität her nicht ganz so optimal, wie ihr es vielleicht gewohnt seid. Aber ich habe mich trotzdem dazu entschlossen dieses Video hochzuleiten, weil es ist ein Teil von mir und ich möchte es euch nicht vorenthalten. Aber ich wünsche euch trotzdem viel Spaß beim kommenden Video. So, soviel zur Theorie, kommen wir zur Praxis. Also ich möchte heute Sauerkraut aus Grünkohl herstellen. Ich habe drei Grünkohlköpfe, sage ich mal in Anführungszeichen, von einem guten regionalen Bauern. Und dann möchte ich noch Sauerkraut aus Rotkohl herstellen. Ist beides Bio, die sind sogar noch regional, weil es halt wichtig, die Milchsäurebakterien, die leben halt auf den Kohlblättern. Und je biologischer diese sind, desto mehr habe ich davon, weil mehr Bakterien leben natürlich auf dem Kohl. desto lebendiger ist sie natürlich auch die Nahrung, weil ich da weniger Giftstoffe und Pestizide auf diesem Kohl ausgesetzt wurden. Und dann habe ich auch weniger, ich sage mal den Giftcocktail bei der Fermentation für mein Sauerkraut. Und wir wollen es halt so gesund wie möglich haben. Deswegen am besten biologisch oder selbst anbauen. Dann wisst ihr, was ihr davon habt. Genau. Nähe, was ich noch zusätzlich für die Herstellung verwende, sind saure Äpfel. Die tue ich dann vierteln und oben auf die Schicht ablegen, damit die Milchsäurebakterien schon mal einen guten Startpunkt haben. Und Nahrung, damit der Fermentationsprozess schneller im Gange geht. Und dann möchte ich noch die Braunalge Wakame noch hinzufügen. Das sind Flocken, die lege ich auch oben drauf für die Fermentation. Ich verwende Wakame deshalb, weil einerseits Algen natürlich sehr ernährstoffreich sind. Andererseits hat die Wakame viel Lod. Ist auch Gesundheitsförderung deswegen und sehr viele gute sekundäre Pflanzenstoffe. Zum Beispiel die Algensäure. Eine Algensäure ist ein Stoff in den Zellwinden der Braunalge und hat eine hohe Verdickungs- und Bindungsfähigkeit. Die wird zum Beispiel in der Medizin verwendet, um flüssige Substanzen in ein Gel zu verwandeln. Dann kann man hier zum Beispiel sensible Stoffe, Medikamente oder auch in unserem Fall die Milchsäurebakterien von dem Einfluss der Magensäure schützen und dann gelangen diese Substanzen besser in den Darm, wo sie vom Körper aufgenommen werden. Das ist halt der Zweck, den ich damit erreichen möchte, dass so viele Milchsäurebakterien wie möglich durch diese Algensäure hindurchkommen. Zudem ist es halt auch so, dass diese auch eine geringe Verstoffwechslung aufweist. Also das heißt, dass dieses Gel, diese Substanz lange im Organismus bleibt, bis sie wieder ausgeschätzt sind. Dann können sich halt immer mehr Bakterien ansiedeln. Zudem wirkt diese auch sättigend, das heißt, der Magen fühlt sich natürlich, weil das Gel natürlich sich im Magen aufbläht. Das heißt, es hilft auch gegen gewisse Heißhungerattacken. Zudem wird es auch gegen Sodbrennen verwendet, nur so nebenbei. Zudem weist auch diese Alge einen sekundären Pflanzenstoff auf, der heißt Phucoxantin. Phucoxantin ist neben Chlorophyll der Farbstoff, den diese Alge ihre besondere Farbe ausmacht. Und diese wird halt auch in Chloroplasten hergestellt. Und das Besondere an Phucoxantin ist, dass diese besonders den grünen Lichtspektrum, also im Maximum bei ca. 510 bis 525 Nanometer, aufnimmt, welches das Chlorophyll einfach nur reflektiert. Also das heißt, dass hier noch mehr Lichtenergie bzw. Biophotonen aufgenommen werden und unsere Nahrung nochmal zusätzlich lebendiger wird. Außerdem ist Phucoxantin auch gut für die Fettverbrennung und reduziert auch den Lutdruck. Und der letzte sekundäre Pflanzenstoff ist Phucoydan. Das ist ein starkes Antioxidant und man gibt einige Studien auch, bzw. auch einige Artikel, die ich gelesen habe, dass dieses auch Antikaziogen reagieren soll, im Magen auch zum Beispiel. Das heißt, dass dieser Stoff die Krebszellen dazu anregen soll, sich selbst zu zerstören und die gesunden Zellen bleiben erhalten, was in der Chemotherapie nicht der Fall ist. Genau. Soviel zu Wakane. Genau. Also was braucht ihr noch, um Sauerkraut herzustellen? Ich verwende noch die 3 Liter Gläser, da werde ich später das Sauerkraut einfüllen. Dann werde ich eine Probel verwenden für den Rotkohl, damit ich die in den Scheiben schneiden kann. Je dünner ich natürlich die Blätter bzw. den Kohl schneide, desto leichter fällt an die Fermentation aus. In der Glasschale und für den Grünkohl verwende ich dann klassisch ein Messer und schneide ihn dann zurecht. Und das Besondere ist, ich möchte jetzt Sauerkraut auch ohne Salz herstellen. Man kann ihn herstellen, da würde ich eine Salzsorge verwenden, aber ich möchte dieses Sauerkraut jetzt ohne Salz verwenden, also sozusagen salzarm. Das ist halt ein Anschluss, das ist halt einfacher durch das Salz die Flüssigkeit aus dem Kohl zu kneten bzw. dann schmeckt auch das Sauerkraut auch im Nachhinein etwas weicher. Genau, dann fange ich mal mit dem Rotkohl an. Da werde ich jetzt erstmal das äußere Blatt entfernen, weil ich den aus dem Bioladen gekauft habe und ich weiß ja nicht, wer den alles angefasst hat. Außerdem ist er halt ein bisschen dreckig und ja, deshalb werde ich jetzt hier diese äußeren Blätter anführen. Beim Grünkohl, den habe ich schon vornherein vorbereitet. Das heißt, dass ich hier schon den Strom und alles, die ganzen losen Blätter abgezogen habe. Genau. Dann, nachdem ich halt die äußeren Blätter abgezogen habe, werde ich mir, werde ich nochmal ein paar Blätter abzupfen und die werde ich dann hier aufbewahren, das ist auch wichtig für später, die werde ich dann oben an der Oberfläche auslegen, deshalb solltet ihr halt nicht alle, also der hat ja immer ein paar Blätter zurücklegen und nicht den ganzen Kohl probeln. Genau. Das wird jetzt nicht so. Also, einfach ein paar Blätter zurücklegen. Drei Stück mache ich jetzt mal. Nachdem ich jetzt die Blätter zurückgelegt habe, werde ich den Kohl vierteln, am besten mit dem Messer natürlich. Bisschen Kraft sollte man auch aufwinden. Genau. Einmal halbieren. Und dann. Dann ist er geviertelt. Nein, nicht ganz. So. Lege ich mal kurz zur Seite und dann nehme ich die Probe und das Glas und fangen wir dann an. Aussage des Strunk, den werde ich dann im Anschluss wegwerfen. Den Grünkohl, den Brotkohl, den Scheiben zu probeln. Genau. Immer schön auf die Finger aufpassen, damit ihr euch nicht verletzt. Und damit es auch später nicht in den Sauerkraust gelangt, sondern natürlich alles so steril wie möglich sein. Und das habe ich ja auch vergessen, um zu sagen, schön die Hände waschen und natürlich auch die Schüsseln hier verändern. Also allgemein die Utensilien sollten auch so rein wie möglich sein. Das werde ich jetzt mit dem ganzen Rotkohl machen. So schaut es dann ungefähr aus und je feiner das natürlich ist, desto schneller und besser wird der Fermentationsprozess im Anschluss ablaufen. Und genau, das werde ich jetzt mit dem restlichen Rotkohl machen und dann sehen wir uns, wenn ich dann die Blätter geschnitten habe, beziehungsweise wenn ich dann anfange den Grünkohl zu schneiden. So, das ist das Ergebnis und genau, fein gehobelt und das stelle ich mir jetzt zur Seite und wie ich jetzt beim Grünkohl vorgehen werde, werde ich halt die Blätter klassisch mit dem Messer in kleine Stückchen, also feinen Scheiben schneiden. Das kann ich dann auch gleich in die Kamera zeigen. Genau, also ungefähr so. So, das werde ich jetzt mit dem ganzen Grünkohl machen. Da habe ich mir auch schon ein paar Blätter zurückgelegt, die ich dann oben drauf legen werde. Genau, die werde ich jetzt vorbereiten. Ich werde dann auch noch die Äpfel schneiden und das Wakame und dann sehen wir uns, wenn ich anfange den Kohl zu kneten. So, jetzt bin ich fertig. Es ist schon wieder langsam dunkel. So schaut es dann ungefähr aus. Das ist der Rotkohl gehobelt und den Streifen von Grünkohl habe ich hier zwei einmal voll. Jetzt kommen wir zu dem Tag, wo wir den Rotkohl bzw. den Grünkohl gut durchkneten, also gut pressen. Da kann man ja in der Regel auch einen Hammer oder sonstige Utensilien verwenden, um den Kohl gut durchzupressen. Da ist halt wichtig, dass man so lange presst, also dann sollte man sich auch wirklich Zeit nehmen, bis Flüssigkeit austritt. Und deshalb ist es auch am besten, den Kohl dann dünn zu schneiden, damit das leichter fällt und weicher jetzt die Variante ohne Salz machen möchte. Muss man dann auch ein bisschen länger kneten. Sonst würde man jetzt hier eine Salzlauge über den Kohl drüber kippen und dann würde das Kneten auch ein bisschen schneller gehen. Genau, dann werde ich hier wieder einen Cut setzen und wir sehen uns dann, wenn ich den Kohl in die Gläser fülle. Okay, ich habe jetzt den Rotkohl ausgewirkt, den werde ich jetzt in das 3 Liter Glas hier neben mir füllen. Also da wird wirklich wichtig aufzupassen, dass halt genug Saft austretet. Soll ja später dicht sein und unter der Flüssigkeit beginnt natürlich auch die Fermentation. Und da sollte halt auch so wenig Luft wie möglich sein, weil der Sauerstoff da gedeihen, halt hilft mir am besten, um die zu stören, den Fermentationsprozess. Genau. Das werde ich jetzt hier in das Glas füllen, den Rotkohl. Und wichtig dabei ist, dass ihr auch den dann hier gut mit runter drückt. Damit die Flüssigkeit austretet, damit der Kohl auch hier schön unter Flüssigkeit ist. Dafür eignen sich halt diese 3 Liter Gläser wunderbar. Und da werde ich jetzt hier alles schön stampfen. Also hier könnt ihr die Flüssigkeit sehen, werde ich jetzt alles stampfen. Oben drauf werde ich dann die Apfel und die Bakame legen, die Blätter drauflegen. Und dann wenn halt noch Platz ist, ein Gewicht, damit alles schön unter Wasser bleibt. Wenn alles voll ist, dann verschließe ich das dann luftdicht. Und weil ich halt jetzt hier diese 3 Liter Gläser mit diesem Bügelverschluss verwende, dann muss ich halt nicht nach drei bis vier Tagen schauen und Sauerstoff austreten lassen. Das ist halt bei Gurken und Schraubgläsern oft der Fall, dass man hier nochmal die Luft aus der Fermentationsprozesse nochmal entweichen lässt und hier den Druck ein bisschen abweichen lässt. Das ist halt hier bei diesen Bügelverschlüssen nicht der Fall. Genau. Das werde ich jetzt parallel zum Grünkohl machen und dann werde ich das fertige Kraut für den Fermentationsprozess in den Raum und Zimmertemperatur stellen für ungefähr vier Tage. Da werde ich halt vorfermentieren lassen und danach kann man das Sauerkraut schon verzehren. Aber besser ist es halt, die dann kühl zu lagern im Keller zum Beispiel für 15 bis 18 Grad oder in den Kühlschrank. Dann wird dann der Fermentationsprozess verlangsamt. Alles Sauerkraut wird ja dadurch, je länger es fermentiert, wird es einfach saurer. Da muss man halt schauen, wie es halt einem schmeckt. Und genau, es wird dann saurer und mir schmeckt es halt besser, wenn es halt saurer ist. Und je länger man es fermentieren lässt, desto mehr Zeit haben die Bakterien neue Stämme zu bilden. Also mehr Bakterien bilden sich. Die Nährstoffe werden bioverfügbar, weil die ganzen Kohlenhydrate schon verdaut werden. Und dann hat man einfach mehr Vitamine, mehr Mineralstoffe und der Körper kann halt besser die ganzen guten Inhaltsstoffe von Sauerkraut aufnehmen. Zudem werde ich auch die Äpfel und das Bakame nach den 4 Tagen Fermentation werde ich dann das Glas entfernen. Dazu werde ich dann später den Schnitt zeigen, wenn es dann soweit ist. Okay, ich habe jetzt den Rotkohl und den Grünkohl in die Gläser eingefüllt, habe die Apfelstücke drauf getan, wie ihr hier sehen könnt. Und über den Apfelstücken habe ich noch die Bakame Flocken drüber gelegt und dann die Blätter, die ich am Anfang zurückgelegt habe, habe ich dann oben drauf gelegt und dann alles schön zusammengepresst, dass das Sauerkraut unter Flüssigkeit bleibt. Das ist halt wirklich wichtiger, dass alles unter Wasser bleibt. Beim Grünkohl hatte ich das Problem, dass es ja nicht so viel Flüssigkeit abgegeben hat. Deswegen habe ich destilliertes Wasser nochmal nachgefüllt. Deshalb wichtig, dass es destilliertes Wasser ist oder Quellwasser oder sonst irgendwie anders gereinigtes Wasser. Ich würde auf keinen Fall Lightingwasser verwenden, weil das Chlor und das Fluorid, das tötet die ganzen Bakterien ab. Und dann habt ihr ja sozusagen alles umsonst getan. Genau, und beim Grünkohl habe ich dann noch oben auf den Blättern, habe ich dann noch ein Gewicht drauf getan, damit das wirklich alles nochmal schön unter Wasser ist. Beim Rotkohl habe ich das jetzt nicht gemacht, weil da schon alles unter Wasser gestanden ist, genau. Also wie gesagt, ich werde das jetzt bei Zimmertemperatur für circa vier Tage stehen lassen und dann mal schauen, ob es was wird. Und ich hoffe einfach mal, dass es nicht verschimmelt. Okay, Tag Nummer 1. Wie ihr hier sehen könnt, hat sich schon die Vakame vollgesaugt. Es haben sich auch schon einige Bläschen gebildet, wie ihr beim Rotkohl sehen könnt. Und ja, das einzige, was mich beunruhigt, ist halt dieser weiße Schaum da hinten. Aber ich werde jetzt nochmal gereinigtes Wasser nachfüllen, weil ich noch ein bisschen Angst habe, dass ich bei einem Grünkohl zum Beispiel zu wenig Wasser habe. Ein gutes Zeichen ist, dass auch hier neben der Blasenbildung auch Wasser, äh ich meine Luft gerade ausgewichen ist. Also das heißt, dass der Fermentationsprozess im vollen Gange ist. Genau, ich werde jetzt hier einfach nochmal gereinigtes und destilliertes, äh abgekochtes und destilliertes Wasser hinzugeben. Okay, Tag 2 des Sauerkrauts. Ich bin aber auch optimistisch, dass alles reibungslos funktioniert. Es haben sich schon Blasen gebildet, wie immer, immer noch ein gutes Zeichen. Und ich denke, ich bin optimistisch, dass mein Sauerkraut funktionieren wird. Okay, Tag 3. Der Sauerkraut tut gut vor sich hin fermentieren. Ich habe bis jetzt keine schlechten Anzeichen gefunden. Die Kohle, die Farbe verändert sich auch langsam und letztlich beim Rotkohl habe ich jetzt festgestellt, dass sich da vermehrt Blasen bilden. Aber sonst keine negativen Anzeichen. Ich werde auch jetzt die zwei Behälter hinten in die Ecke packen. Und zwar hier unter dieser Decke. Und da schaue ich einfach mal, dass sie dort warm und abgedeckt vom Licht sind. Und ich möchte einfach mal wissen, wie sich das auf die Fermentation auswirken wird. Okay, Tag 4. Der Sauerkraut fermentiert schön vor sich hin. Entwickelt sich super. Hat auch schon jetzt den Milchsäuregeruch, den typischen. Ich werde noch heute Abend in der Ecke, in der Decke weiter fermentieren lassen und morgen dann weiter bearbeiten. Okay, wir sind jetzt bei Tag 5. Ich habe jetzt das Sauerkraut 5 Tage lang bei mir im Zimmer in Raumtemperatur fermentieren lassen. Und jetzt werde ich halt mit der weiteren Veräutung vorgehen. Das heißt, ich werde jetzt hier die Decke öffnen. Oh, ganz schön viel Kohlenstoff ist ausgetreten. Und hier der klassische Geruch von Sauerkraut. Auch hier ist ganz schön viel Kohlenstoff rausgekommen. Ja, ich rieche auch, dass das einen Sauerkraut ähnlichen Geruch hat. Genau. Ich werde jetzt mal das Gewicht zur Seite stellen. Und so, dann werde ich das Kohlblatt entfernen. Also hier oben die ganzen Kohlblätter, die ich am Anfang reingelegt habe, nehme ich jetzt raus. Wichtig davor ist halt, ich habe meine Hände auch gewaschen, das solltet ihr auch machen. Und dann noch ein drittes Blatt. Und ja, dann habe ich hier noch einen Döffel vorbereitet. Und jetzt möchte ich halt den Apfel und die Wakame auslöffeln. Die Äpfel haben ja mehr zur Sättigung der Milchsäurebakterien genutzt. Also das heißt, ich werde jetzt hier die ganzen Äpfel und die Wakame rausnehmen. Die Wakame werde ich jetzt im Anschluss essen. Und dann werde ich die im Raum stellen, also im kühlere Raum mit ca. 15 bis 18 Grad und weiter fermentieren lassen. Eigentlich könntet ihr schon den Sauerkraut so essen nach 4 Tagen. Der ist verzehrfähig. Aber ich möchte halt den Fermentationsprozess, der läuft halt stetig weiter. Und ich möchte halt einfach, dass die Milchsäurebakterien weiter fermentieren, sich mehr Bakterien schnell bilden. Und mir persönlich schmeckt auch ein saures Kraut eher als ein milderes. Deswegen lasse ich es noch weiter fermentieren, lasse es noch bioverfügbarer werden. Hängt da einfach davon ab, wie ihr vom Geschmacklichen her Sauerkraut am liebsten mögt. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr von meinem Rezeptvideo einiges mitnehmen konntet. Und auch eine kleine Inspiration, Sauerkraut selbst zu machen. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.